Auch da ist der Park, da gab es keinen Teil, weil sie nicht nur das Kalb. Und hier war ein großes Feld, vor dem Park war ein großes Feld von einem Bauern. Ein Feld war das nur. Und wenn unsere Gänse ausgerückt sind, sind die dann auf dem Feld. Wir hatten drei Gänse, drei große Gänse, ein Gartenraum, zwei Gänse, äh drei Gänse. Und der Garten hat so richtig, der muss nicht mal beißen. Und dann ist man abverraubt. Und die Kinder wollten aufpassen, die haben hier aufgemacht. Und dann sind die drei mal abgekommen, wenn das vor Ort war, sofort auf das Feld. Und dann ist das einfach nicht, dass die Kinder sich unten reinrichten, oder? Und dann hat mein Ungleichgewicht, die sind nicht so. Und dann ist die Kinder schon wieder auf dem Feld, dann hat er mich wieder in den Kopf. Und dann kamen sie am Bauch. Denn dann ist er an mir vorbei. Aber dann ist das nicht so wie oben. Fünf Minuten später auf dem Kopf hat er mich wieder in den Kopf. Aber jetzt ist es nicht so, dass wir da auf dem Feld kommen, wir werden da auf dem Feld kommen. Aber wir haben nicht so, dass wir nur nach dem Feld fahren. Was? Das war die Abitur? Ja, was hier? Das war das hier... Das war das... Das war das hier. Das war das hier... Wie geht es denn? Sieg herz.